Servus Leute und Herzlich Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, wo wir heute sind, Allianz Stadion, Rapid Wien gegen Sturm Graz, weltklasse Spiel auf jeden Fall von Fans heute, mal schauen ob die Erwartungen gerecht werden können heute, Rapid Fans im Vorhinein ja ein bisschen schlecht gestimmt, sag ich mal nachdem man ausscheiden, wo tut's, Sturm Fans sind sehr zahlreich da, habe ich schon in Foren gelesen, bin sehr sehr gespannt, werde ich dann gleich ein paar Einblicke vom Aufwärmen geben und in dem Sinne Abfahrt, ich freue mich sehr sehr aufs Spiel, ich bin unterwegs heute mit einer größeren Freundesgruppe, Bernd ist auch schon im Hintergrund am Start, Leon der Links, Jonas ist noch, kommt noch, wird geil werden, das heißt uns passiert auch nichts, wir sind safe, wir können ein bisschen pöbeln, wird geil werden. Samma Reistern jetzt, Samma Sturm, So wie es immer sein muss, guter Radler am Start im Stadion, schmeckt einfach, schmeckt einfach gut. Ich blende euch wie immer hier, hier in die Aufstattung ein, total überraschend, durch Roll- und Ecklund-Sturm Graz, Langschupeuter-Sturm, auch ein paar Änderungen von Windverteigungen, wo auch mal ein Spiel mit dem Verteilung, mal schauen wie das wird, ich bin guter Dinge, Sturm Graz stabiliert, kann auch nur geil werden, Aufstattung ist nicht geschwächt worden, der erste Spiel wird, von dem er transferiert worden ist, wird spannend werden, aber die Donderrücken ist angesagt, ich bin guter Dinge, dass da heute am Runde mitgenommen werden, was wir haben, in dem Sinne Abfahrt. Wir werden mit den ZD-Giralt auf W answers Everything, in dem Sinne Abfahrt auf W Wir werden mit den ZD-Giralt auf W Es ist ein Ruck. Man bleibt mit mir ohne Ruck. Es ist ein Rollstuhl. Hörst du dich? Hörst du dich? Hörst du dich? Hörst du dich? Hörst du dich bitte? Hörst du dich? Ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen, ist so geil. Es war 1.0, 15. Minute. Ich glaub, das war ein Fehler im Mittelfeld, ich bin noch nicht sicher. Das ist ein Fehler im Mittelfeld, 1.0, Rapid. Ohne Worte, ohne Worte. Ja! 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 Sturm! 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 Wenn die Leute aus Meidlingen unten kennen, haben wieder was dagegen. 24 Minuten 1-1, glücklich, Kuss, Kuss. Ich habe einen Kollegen dabei, der ist heute zum ersten Mal im Stadion, was ist die Experience bisher? Gute Stimmung, leibernde Leute, ganz gutes Spiel, sehr spannend, macht einfach Spaß. Wenn ich sage 1-1 stets, glücklich, dass wir auf den Sturm. Der Beat spielt irgendwie nicht schlecht, aber klar, dass wir im Sturm wieder besser spielen werden. Ein Tor noch Sturm oder zwei Tor noch, dann ist das Spiel gekauft. Bitte, 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 wichtiges Sieg heute. Kuseini werden gerade sehr intensiv, auch in der Halbzeit, die vermutlich eingewechselt werden. Die großen Fälle werden schnell aggessiert. Mach mal frei zu tun, Bruder. Du bist der Händler. Zieh durch. Ja! 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 Nein! 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 Steig. Nein! 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 Mega für San Fabio! Nieder! Hey! 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 Süda, süda! Süda-Mofian! Jaaa! Jaaaah! 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 Das ist so fancy! Hey! 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 Jaaaah! Jaaaaah! Jaaaa! Pua, го, го, го Pua, го, го Pua, го, го Podcast со scripts Was ist der Masse? Ja, der Masse! Der Leiberl ist ihm! Der Leiberl ist ihm! Von ihm? Schick ihn! Schick ihn! Mitteln und Abendszeit, hier Ereignisse überschlagen sich. 2-1-Sturm, sich bis heute geschlagen auf die Pläne, rote Karte trifft man blüht. Wahnsinn! Aber ich muss weiterfilmen, das ist intens. Wenn wir hier stehen, sind wir wie benommen. Die Schwarzen haben uns den Verstand genommen. Jetzt geht es los, wir hüpfen auf und nieder. Spielende 2-1! 1-2-1-Sturm Sturm! Sturm!! ASS! Tares. Sie haben doch gesehen! Sturm! Hohohoho Wer macht mit? Wir werden es im REM! 1-6-搖ze So ambient! Sturm Graz hat 2-1 gewonnen, wir haben noch mit den Spielern ein bisschen gefeiert am Schluss. Kosti, was sagst du zum Spiel? Ja, es war auf jeden Fall eines der geilsten Spiele, wo ich bis jetzt war. Dass wir den Ball gefangen haben, war echt stabil. Ich muss sagen, dieses Elfer-Tor, das da gefallen ist, pipi fein. Und natürlich Sturm Graz, 3 Punkte, 2-1 gegen Rapid. Schmeckt natürlich immer besonders gut, wenn es gegen Rapid ist der Sieg. Und deswegen bleibt mir jetzt auch nichts anderes zu sagen, also Daumen nach oben dalassen, Abo dalassen, danke für den heftigen Support in letzter Zeit. Im letzten Video irgendwie 54 Abonnenten zu bekommen. Danke, danke, danke. Und wie gesagt, in dem Sinn, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.